Der Roboter Mr. Handy würde von General Atomics International als Hausdiener entwickelt. Vor allen Dingen mit so einer Kreissäge und alles da dran, da möchte ich ihn gerne als Hausdiener auch haben. Kann ich mir kaum was Schönes vorstellen. Ah, da ist Preston. Okay. Warum kommt sie uns hinterher? Da läuft auch was zwischen euch beiden. Okay, komm mit. Ui. Na, da kann man nicht so ohne weiteres runter, ne? Scheiße. Held. Held. Wo ist Preston? Preston hängt da noch fest. Okay, ist nur ein Auto. Wie ein Pferd, ne? Das Fisch. Mann, Mann, Mann. Okay, komm. Hier kann man durch so. Komm. 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 Das war's. Wer erwartet. Sind das die guten oder sind das die bösen? Okay, Frage als ich beantwortet Geben wir doch jemand ein Ziel auf das er schießen kann Bist du sicher dass es sich lohnt das mitzunehmen? Es lohnt sich fast alles mitzunehmen mein Freund Aber ich muss mal ein bisschen Scheiße habe ich noch drei Stück von Okay Sieh dir das an war wohl in der Luft als der Krieg anfing Das ist meine Art abzutreten Das Schloss kriege ich nicht auf Ja, dann lass es doch Dann kriegen wir das aber auf Sag ich doch Das wär's Das ist ja was Schönes Guck mal, wie schön Oh, ist sie kaputt gegangen Schön Okay Einen sauberen hellbrauen Anzug haben wir auch gefunden Den gucken wir uns auch nochmal an Okay Wir bleiben weiterhin bei Damien Wo ist unser Warum haben wir die Sachen wieder ausgezogen Verdammt Okay Haben wir alles Da ist noch was Ein rotes Kleid Okay Oh Boah Was ist denn da los? Geschafft Postboten Mütze Coolen Gammler Outfit Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen Rechtschaffenden Bürgern wird kein Leidgeschehen Scannen nach Feinden Oh Mr.Gusty ey Warum Oh Heute läuft's nicht so, ne Wie Gedacht So Die ganzen Klamotten wieder aus Die ganzen Klamotten wieder aus Die ganzen Klamotten wieder aus So Da haben wir das gespart Versuchen Sie nicht zu plieren Der Gerechtigkeit wird schnell und fair Genüge getan werden Hose Versuchen Sie sich um Die ganzen Klamotten wieder aus Die ganze Klamotten wieder aus Verfolgt ihr uns jetzt die ganze Zeit? Komm, Preston, wir holen ab. Ich will nicht noch mal sterben. So, komm, Preston, wir gehen. So, gehen wir außen rum. Kommt man da noch rein, da oben? Cool. Ah, man, da ist schon wieder alles immer radioaktiv hier, diese Scheiße. Hat sich das jetzt wenigstens gelohnt, hier noch hinzugehen? Jangles, der Mond, ach, super. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das lohnenswert war. So. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht darunterfallen. Okay, doch, wir können wohl da runterfallen, wir können hier lang gehen. Das Wasser wollen wir nicht. Da liegt noch was, ne? Man ist nur ein altes Auto. Okay. Wo ist das Diamond City da unten? Ne, da sind wir eigentlich voll weit wegfahren, ne? Was ist denn das? Das ist aber ne Stadt, würde ich sagen. Wie kommt denn da oben ein Auto hin, das würde ich auch gerne wissen. Okay, ich hoffe, die tun mir nichts. Okay, und die Zogen vergeudet. Warte mal. Ah, da ist er wieder. Komm, da kommen ganz viele von denen. Ah, ich bin so scheiße im Schießen, ey, leck mich am Arsch. Oh, die sind voll stark. Okay. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr schnell speichern zwischendurch und schon wieder hier Oh Ja für das kleid gehe ich da jetzt nicht nochmal hin das lohnt sich nicht f5 ist schnell speicher ne ok Mal gucken ob an den Hunden irgendwie vorbeikommen weil die waren ja doch echt heftig ne da ist diese blöde Hirschkuh Oh Was ist das? Nein, Gott, zur Sorge. Oh. Oh Oh Ich glaube das war Wahnsinn, ne? Mann, 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 Mann Tut mir leid, da muss ich mal ein bisschen die Klappe halten und mich konzentrieren, weil Oh Heftig Ok, ich habe für die Waffe auch Munition jetzt Ich lad mal alles ein bisschen nach Ok Ok, ich bleib mal bei der kurz jetzt Da hinten war jemand Sind wir schon da, oder? Ne, dann war das ein Bösewicht vermutlich So, den Raider Plünderer haben wir erstmal weggeschossen Eröffne das Feuer Wo schießt denn dahin der Typ, ey? Oh, von hinten kommt doch einer, ey Oh Oh, du bist weg, oh Mann Und schon wieder ein Hund, ey, das gibt's auch gar nicht, ey Oh Oh Oh, ich habe keine mehr mit dem zuhören, oder? Oh 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 Das gibt's doch gar nicht Ich komm da nicht hin